So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Und mir brennt schon wieder der Mund und es ist so heiß und ich habe gerade noch zwei Packungen Too Spicy gegessen von den Samyang Bulldog. Jetzt ist der Blutdruck da, jetzt ist alles da, jetzt ist der Kopf nass. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und der ist diesmal so genial. Also es gibt Schocker in den Highlights, die eigentlich Schocker der Woche hätten sein müssen, sind sie aber nicht, weil der Schocker der Woche der Schocker der Woche ist und kein Highlight. Wir fangen jetzt an mit dem Video mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Elke Kaiser, ne? Falls du noch nicht durch bist mit Raid am Mittwoch, Paula eigentlich sieben Shiny Meltan aus drei Boxen. Eins ist schon weggetauscht, ein weiteres Shiny und nur ein Hunderter beim Tauschen erhalten. Die Meltan lassen wir mal weg, gucken wir nicht so drauf, aber das Hunderter, sieben, sieben, sieben WP, ein Stück Kuchen, ein Pikachu mit Hut, 100% Glücks. Das ist auf jeden Fall cool. Dann bei Kai-Zi kein Hunderter, eigentlich drei Shiny Meltan aus drei verschiedenen Boxen. Eins davon mit Paula getauscht, sehr miese Werte, darum beide verschickt. Und vier weitere Shiny, zum Beispiel hier das Eboli Onyx, sehen wir hier das Bisasam OO. Das sind ein paar Nachzüge eben jetzt gewesen, das hat sich letzten Mittwoch noch geschickt, da hatte ich es aber schon abgescreent. Dann war ja die Woche das Event, wo es so viele Glücksfreunde gab und die Glückswahrscheinlichkeit höher war. Das habe ich auch gemerkt hier, Matze in Nottland, Glücksfreund. Excavator, Glücks, Borki, Glücks, Ab ins Tierheim, Glücks, Kai-Zi, Glücks, Rudeldino, Glücks, Feuerwehrfrag, Glücks, Andy Mask, Glücks, dann Borki. Aus der Quest, die nur Deutsche zur EM bekommen haben, nichts Besonderes, aber irgendwie trotzdem cool, 100% Voltoball. Nehmen wir mal mit, dann wieder ein Hando aus Trades mit Paco. Ein Bild sollte reichen, wenn 100% dran steht, ist bei mir auch 100% drin. Das ist cool, der hat ja immer Glück, der tauscht viel mit Paco, das ist wie Schilling und sein Vater wahrscheinlich. Und hier gab es noch ein Ticket von Blood and Fears, danke dafür, gab es ja auch ein Video dazu. Dann bin ich wieder mit Matze in Nottland Glücksfreund geworden, dann ein Ticket vom NetGhost. Da muss man ja Raids machen, da bin ich immer noch dran, kann ja zwei Raids momentan machen. Durch dieses Ticket, da habe ich zwei freie Raid-Pässe und kann dann alle Ultra-Bestien nochmal dann abholen, da bin ich gespannt. Silvio, das hat nicht mal Shinux, Shiny Meltan, Perlu, Shiny und Nune, was Nune, hier Alapis entwickelt, eins der hässlichsten Pokémon, die es gibt. Und bei Pokémon 100% Mabula, das war glaube ich auch wieder aus der GBL. Er ist glaube ich immer noch GBL-Spieler. Nach dem Rayquaza-Top-Raid-Tag gefangen, Kaiser Kai mit dem Shiny Slime, mit dem Senfbart, schlurp hinterher. Ausflug hat sich gelohnt, Go++ hat es geschafft zu fangen, schlurp. Die Meltan habe ich wieder weggelassen, auf seinem kleinen Account hat er auch Meltan, aber da hat er auch Meltan bekommen. Und zwar hier auf dem Cutter vier, ne fünf, ja vier Meltan, ein Meltan, alles mitgenommen. Endlich mal ein neues Baby-Pokémon, Shiny Pantimimi hier auch dabei. Dann Kaiser Kai, zwei Shiny Krebskorbs aus dem täglichen Abenteuerrauch, das ist cool. Pikulende auch mitgenommen, ist ja auch neu drin und hier noch ein Wingull. Plus ohne Meisterball, Arktos, aber guckt euch das Level an, das ist bestimmt Level 1. Das hätte der Pennerbeutel bestimmt gesammelt. Da habe ich keinen Kontakt mehr gerade so. Monolog, wieder Glücksfreund geworden. Genaya, Shiny Ho-Oh mitgenommen. Shiny Schlinking mitgenommen. Schlinking, 100% mit Ultra-Pforten-Spezial-Hintergrund. Das ist eigentlich ein Ding, sowas müsste Schocker der Woche sein. Erstens machst du Raids und hast nicht garantiert den Hintergrund. Du musst Glück haben, dass du den Hintergrund hast. Dann machst du Raids, musst gucken, dass du einen Hunderter kriegst. Und dann musst du die Wahrscheinlichkeit aufdrehen, dass das Hunderter den Hintergrund hat oder eben nicht. Ich habe einen Shiny Anego bekommen bei Anego im zweiten Raid. Das war also Shiny und hatte auch den Hintergrund. Das war auch cool. Das Hunderter ist aber seltener als ein Shiny mit dem Hintergrund. Noch krasser wäre nur 100% Shiny mit dem Hintergrund. Das wäre übelst brutal. Ich glaube, was Selteneres gibt es momentan einfach gar nicht. Ist aber nicht Schocker der Woche, wie ihr seht. Hier ist noch ein Shiny Wingull drin. Posidinchen hier. Zweimal die Box gezündet. In der ersten war kein Shiny. Dafür sind in der zweiten gleich drei Stück. Alles mitgenommen. Rosana hier mitgenommen. Übrigens sehr schön, wie es die Bilder hier macht. Erinnert mich ein bisschen an Lenz Hart, wie er das immer gemacht hat. Siehe jetzt auch so. Ist schön übersichtlich. Krebskorps. Vamolita. Perlu. Hat mir noch gefehlt. Kaiser Kai 100%. Krabox. Im ersten Raid Anego. Shiny Drago Knight. Zeigt uns hier Miniras ausgebrüdet mit dem roten Herzkopf. Immensiens. Direkt in der ersten Ladung. Eier bekommen. Wir haben auch Miniras neue Shiny dabei. McMaggy 100er Mouchas und Zaganabiss. Auch wieder hässlich. Auch wieder von Perlu. Weiß ich nicht. Was macht man damit? Nix. Genau. Blood and Tears. Ich glaube Blood and Tears kann nie wieder Schocker der Woche werden. Weil bei der mache ich einfach nur zack zack. Und gucke mir dann erst, wenn ich hier drin bin, an, was sie eigentlich geschickt hat. Weil ich so viel immer hatte. Und so brutal. Ihr habt hier Togepi Shiny. Wabbel. Krebskorps. Pigulende. Vesprit Wild. Entei. Krypto. Shiny. Ho-oh. Shiny. Zu Ruhe. 100%. Dann Lucky. Trades hier. 100%. Visa Samen. Eboli. Mit Mützen dran. Dann geht es aber noch weiter. 100% Lucky. Pichu. Habe ich auch nie gehabt als 100%. 100% Lucky. Ohr doch. Sehe ich hier unten rechts noch. Das ist cool. Denn das hat auch nochmal eine Mega-Entwicklung irgendwann. Das also aufheben und dann entwickeln. Minira ist auch in 100% gegönnt. Und 100% Zubiris. Also auch Mega-Entwicklung. Und aus dem Tausch auch noch 100% Muramura. War mit Ausbeute schon vorher zufrieden. Aber Matze, Glücksland. Grüße gehen raus. Hat am Ende alles gerettet. Nachdem diese Firma mal wieder was total verkackt hat. Ja, was denn? Matze. Da seht ihr, was ich meine. Kleine Pokémon mit Lucky Hintergrund. Sieht übelst Mist aus. Deswegen keine Shinies tauschen. Aber so ein fetter Klotz mit dem Lucky Hintergrund. Der fast alles verdeckt. Das kann man machen. Johannes B. Kerner hier. 100% Choreogel. Shiny Rayquaza. Evil Tal 5. Habe ich jetzt mal nicht groß. Man erkennt es ja. Man weiß ja, was es ist. Fiyaro 100%. 100%. Evoli Menki. 100% Sepa. Nebulak. Immer noch Johannes B. Sengo. Johannes B. Sengo. Shiny Zapdos. Ja auch mitgenommen. Mit oder ohne Meisterball? Ich sage. Ohne. Das traue ich ihm zu. Genau. Sören. 100% Ho-Oh. Yes. Sagt er hier. Den habe ich nun auch endlich bekommen. 100% Fucano mit Haare dran. Und passt auf. Es ist noch was passiert. Der Kollege fängt wenig später sein erstes Shando. 100% Shiny Ho-Oh. Vor allem er hat das 100er Ho-Oh. Der Kollege das 100% Shiny Ho-Oh. Aus dem Ray. Er hat das 100% Fucano. Der Kollege hat das 100% Shiny Fucano. Unentwickelt. Der Kollege hatte mich verfolgt. Wo ich das 100er bekommen hatte. Bekommt es auch noch in Shiny. Erfüllt sich meinen Traum. Das ist ja das. Ab Level 30. Wenn einer sagt. Hier sitzen 100er. Können alle das fangen. Und es hat bei denen auch 100%. Und wenn es dann Shiny wird. Dann sieht das hier ungefähr so aus. Das Shando aus dem Raid. Und das Shando Wild. Das wäre auch was für Schocker der Woche. Wenn das direkt so im selben Zusammenhang. Ist es aber nicht. Söre nochmal. Knackelion. Quest am Sonntagmorgen. Patrick Kata. Relativ neu. Knabbon in den Eiern drin. Hier auch in 100%. Schocker der Woche. Ist es aber nicht geworden. Johannes nochmal. Hier da wären noch was. Hier Pico Lende Schlingking. Habe ich K geschrieben. Dann habe ich K2 geschrieben. Also K2. Also nochmal okay. Da war ich nämlich am Upscreen heute hier. Um 9.35 Uhr. Jonas. Selal. Mantax. 100. Radikal. 100. Glücks. Hut. Zurokex. Glücks. 100. Mammolida. Glücks. 100. Evoli. Shiny. Hut. Bautz. Shiny. Meltan. Shiny. Perlu. Shiny. Anego. Shiny. Schlingking. Solo Raid. 112 Sekunden Restzeit. Die anderen Raids mit Mega Despo da. Anego habe ich mal weggelassen. Nee, es war hoho. Das finde ich aber wieder gut. Möchtest du Slimer entwickeln? Es ist kein Slimer. Dann entwickelt sich's zu was? Simsalah? Das ist ja wie das Frauen Money in the Bank Leather Match bei Money in the Bank in Toronto gewesen. Das ist ja so verbotscht. Also dann im Bild, wenn ihr also Skilabra und Raupi mischt oder fusioniert, äh, sieht mir zu böse aus. Das ist ja so ein Hannes Ding, aber ich brauche das normal in grün. Nazim. Beide aus der Raid-Stunde. Schlinking. Zwei Shinies mitgenommen. Dann noch ein Shiny aus der Gratis-Forschung von Karguron. Können wir ja hier bei uns gar nicht raiden. Wer also aus der Forschung einen Shiny kriegt, das ist schon cool. Heiko hat uns gezeigt letztens 300%ige Nekrozma und mittlerweile nach 450 Raids war das vierte 100%ige Nekrozma da. 21-04. Hat hier eins gemaxed, fusioniert, ein anderes gemaxed, irgendwas. Hier nochmal da, da, da. Ich habe immer noch keinen Nekrozma. Ich muss aufs Wochenende warten. Da ist auch noch vom Heiko, Pico Lente zweimal, Swarones, Sch, 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 Lörres, Swarones, wie muss ich jetzt an Jörres denken? Ich habe keine Ahnung. Annika aus der kostenlosen, begrenzten Forschung auch hier 100%. Radikal mit Partyhut. Thomas Speck, bei dem geht es auch immer ab. Raiku, 100%. Krypto, heftig, brutal. Noch in Shiny, dann wäre es der ober-mega-geile Affenschocker der Woche. Aber, der sammelt sich langsam hier eine Armee von 100er Raikus. Drei Stück hat er erlöst zu 100ern. Eins hat er so als 100er jetzt da in Krypto. Das ist cool. Noch zwei, dann alles hoch zu 150. Das wäre mein Ziel gewesen, hätte ich nochmal im Main-Account gehabt. Benjamin hier, konnte den CD nicht spielen. Heute das Shiny bekommen. Shiny Schanera mitgenommen. Cumulus. Ikolende, 100. Schlur bei Adoma Sun. Anego, 100 bei Adoma Sun. Dann ist der kleine Account nochmal. Shiny Anego. Bierschanga. Hat mal nach langer Zeit, wenn ihr die App gestartet, einen sehr erfreulichen Wildfang gehabt. Ich kann mich an Perlu nicht erfreuen. Aber sie ist eine Frau. Sie freut sich über Perlen und Muscheln. Niemals schüchternes Perlu Lenzat. Ich raff's immer noch nicht. Aber wenn ich jetzt... Nicht schüchtern. No shine. Ein niemals schüchternes. No shiny. Also es ist gar kein shiny Perlu. Jetzt verstehe ich das. Ganz normales. Ein niemals schüchternes Perlu. Ein no shiny. Guck. So. Gehen wir weiter. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hat es ja 0%. Also ein 0% shiny. Ein no shiny. Ein Nando shiny. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich möchte auch nicht raten. Vielleicht was für Schocker der Woche. Der eine Kurde aus Hamburg. Ich spiele Free2Play. Mein zweiter Account hat dreimal 100% Despoda aus dem Mega Raid bekommen. So sieht das auch aus. Sortiert nach Gefangenen. 21, 91. 100% Despoda. 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 Das ist krass. Wie viel Zeit war da dazwischen? Stell dir mal vor, ihr macht 3 Raids und kriegt 300er Despoda direkt nacheinander. Schocker des Jahrzehnts. Ist aber trotzdem nicht Schocker der Woche geworden, weil ich habe was anderes, was ich cool finde. Laura Feuerwehrfra, 100er Reislaus und 103 Quarsa, was sie auch schon mega entwickelt hat. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Kohlemann 9 aus der befristeten Forschung Schwein gehabt. Das finde ich auf jeden Fall cool. Wer es nicht erkennt, erstens, das ist Mosquito. Das gibt es nicht bei uns. Kaum jemand macht da 1000 Raids. Da ein 100er Mosquito ist dadurch selten. Shiny Mosquito habe ich bei noch keinem gesehen. Dass jemand mal eins gefangen hat jetzt. Das gibt es ja auch erst jetzt dann frisch oder so. Mit dem Globalen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Aus der Forschung kann es wohl Shiny sein. Es ist bei ihm aus der Forschung, dieser eine Encounter, den er da hatte in der Forschung, ist es Shiny gewesen. Und in 100%. Nicht wie wenn man jetzt sagt, ja in Amerika macht einer Mosquito Raids und macht da 500 Stück und dann hat er 3 Shinies bekommen und 5 Hunderter und hat ein 100%iges Shiny dabei gehabt. Nein, das ist ein 100%iges Shiny. Mosquito. Ich liebe dieses Pokémon. Diesen Wrestler, diesen Brock Lesnar. Das feiere ich. Und das als 100% Shiny aus einer Forschung, wo du eh nur ein Mosquito bekommst und das 100% Shiny hat, ist, das finde ich stark. Das finde ich genial. Das finde ich krasser als das 100% Schlinking mit dem Ultrapforte Hintergrund, weil theoretisch hättest du an dem Tag ja 3 Millionen Raids machen können, um ein Hunderter mit Hintergrund zu kriegen. Aber das eine Chance darauf und fett. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ihr seht natürlich auch an der WP, dass das eben nicht aus dem Raid ist, sondern nur Level 15 ist, also aus der Quest. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und ciao. Euer Ramses.